Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Endlich ist es soweit, der Gaps ist mit dabei. Gaps? Ich mag... Nein, passt schon. Und nachdem wir uns vom Lachflash vom letzten Mal erholt haben, geht's weiter mit der Double Shotgun. Das heißt, Fortnite Double Shotgun ist ja mega overpowered. Wir probieren das Ganze heute in COD und wir haben natürlich mal wieder einen Fortnite-Charakter nachgebaut. Und zwar sieht der so aus. Ich weiß, es ist jetzt nicht eins zu eins, Leute. Warte, ich zeig euch das mal ganz kurz. Aber wenn man hier sieht, wir haben das Stirnband auf jeden Fall drin, wir haben bunte Kleidung drin, so ein gelbes Tanktop. Genauer ging es jetzt echt nicht, Leute. Also das ist so das Nächste, was daran möglich war. Haben wir nachgebaut und wir spielen natürlich mit der Klasse wie folgt. Hier, gönnt euch das. Mit natürlich grünem Shotgun, ist klar. Man kann leider nicht zweimal die gleiche nehmen, aber die beiden waren sich am ähnlichsten mit der Double Shot. Zweimal die Shotgun und wir werden immer schön nach jedem Schuss natürlich abwechseln. Und Gaps, bist du bereit? Ich bin's bereit. Also wer das Double Shotgun Prinzip aus Fortnite kennt, der weiß, Schuss, Waffe wechseln. Das hat einfach bei Fortnite den Sinn, dass du nicht abwarten musst, dass die Waffe wieder nachrepetiert. Ich bin ein dummes Schwein, weil ich vergessen habe, das Perk einzupacken und die Waffe schneller zu wechseln. Und du wahrscheinlich auch. Äh, nee, ich spiele immer mit flinke Hände. Ja, wusste nicht, dass du krass bist. Oh, das ist Gun-Ho. Ja, wir gucken mal. Also bei der Olympia kann man zweimal schießen und dann muss sie auch nachladen. Okay, Leute. Ich versuche den ersten Schuss mit dieser und dann den anderen. Okay, Doppelschotti ist da. Oh Gott. Als ob der da mit der Drakon so durchsprayt. Na. Und das ist ein One-Shot? Ist das sein Ernst? Ist das sein Ernst, Alter? Okay, Leute. Ich habe die Olympia, glaube ich, auch noch nie benutzt. Die habe ich irgendwann mal... Ohohoho. Ist der an mir vorbeigeflogen. Ich mache so gemeine Sachen mit den Gegnern. 4-0-Stick. Da muss ich wieder mal looten. Ah, okay. Das macht sogar, glaube ich, Sinn. Aber ich glaube, wenn ich mit der hier anfange, macht es mehr Sinn. Oh mein Gott. Er war sofort tot. Bestes Leben. Zack. Und... Komm. Nein, ich habe gefehlt. Da muss ich jetzt leider zweimal mit derselben schießen. Das Ding ist, die Olympia muss man halt schon jetzt nachladen. Alter, lädt die langsam danach. Holy... Holy shit, man. Oh mein Gott. Gaps. Oh mein Gott. Was soll man damit machen kann? Oh, genau in derselben Sekunde sagen wir beide... ...derselbe Geräusch, Alter. Man muss echt... Jawohl, und jetzt muss ich ihn holen. Oh, genau so, Alter. Genau so, Mann. Heftig. Pack mal kurz die Minigun aus. Oh, ist das angenehm. Und Karte, wo ist der Gegner? Okay, den haben wir. Kriege ich noch einen? Okay, wo ist er? Er ist hier. Oh, bestes Leben, bestes Leben. Du bist so mein Leben gerettet. Alter. Sack. Oh mein Gott. Oh. Ey, das macht ja oh nochmal Bock. Ja. Jetzt habe ich dir das Leben gerettet. Oh mein Gott. Tempest. Du bist gar nicht bewusst, dass gerade hinter dir einer war und ich den weggeholt habe. Okay, warte, ich habe meinen Lootballon. Oha. Hoffentlich ist eine Golden Escada drin. Das wäre natürlich... Oh mein Gott, Digga. Mit dem Tempest rasiere ich gerade die Streets completely. Hä? What the fuck war das? Ja, ist einfach ein besserer Mensch, dass ich, weil... Komm schon. Nein, ich muss nachladen. Oh Gott, der Tempest. Nein, 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 weg von ihm, weg von ihm, weg von ihm, weg von ihm. Ich versuch's, ich versuch's. Moment. Wo ist er? Da hinten. Oh. Alter, ist mal zu Spaß, ne? Ja, es ist halt echt witzig. Da hinten sind zwei, okay. Ja, okay, ich habe meine Hellstorm. Oh, die splitt ich nicht. Die geht nur auf seinen Kopf, Mann. Okay. Mein Gott, Gabs. Es funktioniert halt. Ja, es ist so komplett gestört. Ich rape so die Gegner. Oh, danke. Danke. Ja, ich habe den, glaube ich, nicht geholt. Okay, Lootballon kommt, Leute. Wo ist er? Na? Da kommt er. So. Oh. Okay, wir haben das Auto bekommen. Die campen da hinten halt. Die wissen halt, wie man eine Shotgun kontert. Ah. Zack. Oh, komm. Oh. Scheiße, da wird's. Bei Olympia, die ist halt schnell leer. Das ist das Problem, Mann. Also mit einer anderen Shotgun würde es wahrscheinlich mehr Sinn machen. Ja, ja. Also die Olympia ist gerade eher. Wobei, die macht teilweise die schlimmsten Long-Range-Kills. Oh mein Gott, das hat sich so gelohnt. Oh Gott, du kannst das überleben. Alter, das hat sich so gelohnt. Schade, dass es nicht Killcamp ist, Mann. Ja, aber man sieht's in der Killcamp. Alter, nice. So, okay. Da ist doch mein erster leckerer Kill. Oh mein Gott, Alter, war das eine Hinrichtung. Okay, wir gehen direkt hier rein. Man muss ja die Shotgun nicht wechseln, wenn man One-Shot-Kill logischerweise macht, weil... Oh mein Gott, Alter, man kann damit so... Ey, das macht so Spaß, ne? Leute, spielt bitte alle... Nein, 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 spielt niemand damit. Okay, Moment, die jagen mich. Ich hab eh das Gefühl, dass wir mit dieser Aufnahme das Spiel komplett zerstören. Oh, 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 oh. Das Ding ist, mit der KRM gibt man so selten One-Shots, find ich, ne? Okay, gelootet hab ich ihn. Hat gut Shotgun-Money da gelassen für mich. Hier ist einer. Zack. Danke. Und... Nein! Hätte er nicht Ripper gehabt! Ey, das ist immer so lächerlich. Die haben immer genau in diesem Moment einen Ripper, wo sie es nicht haben dürfen, ey. Das Geile ist, wenn man auf Long Range ein bisschen was machen will, dann nehme ich meinen Tempest immer und dritte und brate die absolut. Ich wird gesnifed, ne? Der andere stirbt auch, muss ich gar nicht hinschießen. Hä, wieso ist der nicht gestorben, der andere? Nein, der hätte ich nochmal easy mitnehmen können. Zack, zack. Da kann man zum Beispiel mit derselben schießen. Das macht er sogar teilweise... Okay. Dann werde ich von hinten so... Hast du ihn? Ja. Also ich mache halt einfach immer, vor allem weil ich halt die Brettsche spiele, immer einen Kill und dann wechsle ich. Sonst. Okay, die sind jetzt safe. Komm her. Komm her. Boah, ist das lustig mit der Olympia. Ich habe das erste Mal gerade reingeaimt, wie das aussieht. Danke. Okay. Okay, jetzt kann ich wieder wechseln. Schöne drei Kills auf einmal. Nein, 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 lass mich. Nein! Ich habe es nicht gesehen. Und er kommt mit irgend so einer komischen Dreckswaffe, Alter. Okay, warte, er ist hier. Er ist hier. Zack. Okay, nice. Der wird absolut gebraten, der Dude. Hier riecht schon wieder so verbrannt. Das heißt, ich bin mit dem Temps unterwegs. Okay, wenn die jetzt... Die spawnen noch jetzt... Ob ich diesen Kill bekomme, das geht eigentlich gar nicht. Du hast so den Kill gestealt. Das war echt Unreal Tournament. Nein, er heatwaved mich extra. Er hat so Angst gehabt. Ey, ohne Scheiß ist man so Spaß, ne? Das ist wirklich absolut geil. Echt lange nicht mehr so viel Spaß gehabt. Boom. Die Olympia ist halt wirklich gestört, was die... Auf was für eine Range man die Gegner damit holt. Da hat sich Double wieder gelohnt. Oh mein Gott, hätte ich ihn geholt. Das Ding ist, die sind halt nicht so die übertriebensten Noobs, ne? Die kriegen einen schon auch irgendwann. Ja. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn du bist und smart spielst, kannst du so ein Shotgun-Spieler auch so easy outmoven. Ja, klar. Aber es ist halt schon auch eklig, die Gunfight, wette ich. Ja, klar also. Die müssen ja jedes Mal so hart fürchten. Ich finde lustig, dass es echte Menschen sind, gegen die man spielt. Das vergisst man immer so schnell, finde ich. Echte Mensch. Ja, du weißt, was ich meine. Ja, ja. Auch auf ihrem Bildschirm passiert das gerade. Okay, also wir halten mit den Kills. Ich habe Gaps noch nie so gut spielen sehen in BO3. Alles klar. Okay, let's go. Olympia, passend zu den Olympischen Spielen. Oh Gott. Ja, ich wollte es vorhin schon sagen, aber verkneifst du das. Verkneifst du das. Man, ich bin schon wieder so kurz davor, dass ich nur noch lachen muss. Nein. Double Shot. Nein. Ich hätte nochmal schießen müssen. Ich hätte mit der Olympia kann man jetzt zweimal schießen. Das hat so traurig ausgedrückt. Aber ich versuche halt immer diese Challenge halt zu machen. Alle machen jetzt auf Mörder deiner Freunde. Keine Ahnung, wie der Text geht. Oh, den gehe ich. Und auch jetzt. Jawohl, Mann. Let's go. Mit zwei Shotguns. Das ist der beste Feed, den man hier bekommen kann. Ui, warte mal. Stopp. Lass mich bitte. Naja, okay, das ist zu weit. Far, far away. Wir spielen gegen solche Tryhards und wir spielen so eine lustige Challenge. Ja. Kong gaps. Angriff. Ich bin gestarkt. Nein. Und Double Shotgun. Nein. Oh, Gott sei Dank. Okay. Okay. Nein. Ja, okay. Jetzt war es wirklich zu spät. It's too late. Apologize. Also ich bin echt dafür, dass wir das Nico Schokolade als Trial Member aufnehmen. Nein. Also ja, aber nein war zu einer anderen Szene. Also Nico Schokolade, wenn du das siehst. Melde dich bei uns. Ja. Na, lächerlich. Was für ein Spielfehler. Oh mein Gott, Digga. Ich bringe das Spiel zurück. Meinst du, die nehmen das noch bei GameStop? Ich denke schon. Ich meine, ich habe es zwar nicht da gekauft, aber trotzdem. Ja, aber die nehmen doch gedraute Spiele. Ja, da kriege ich wahrscheinlich 2,40 Euro für. Ich glaube, du musst sogar noch was zahlen. Das ist nicht so. Leute, habt ihr auch schon bei GameStop was zurückgebracht? Das ist das Geilste, oder? Das ist nicht das Geilste. Das ist echt so geil. Wir sind halt so geil. Warte, wenn ich das überlebe. Nein, wieso kann er mit der Sente so durch den Tisch ballern? Ja, den habe ich. Die Olympia immer nachzuladen dauert wirklich so lange. Ekelhaft. Zack, zack. Da darf er nämlich dieselbe Schottkern nehmen. Okay, so. Ich wusste, ich kriege dich. Ich wusste, Nico Schokolade. Ich wusste es, ich wusste es. Gibt nichts besseres, als den Tempest Schuss zu treffen, wenn noch ein anderer Gegner dahinter steht. Ja. Oh, da war der 3-Piece. Okay, erstmal kommt die Heldstor. Oh ja, genau auf den. Genau auf dich. Ohne zu spiletten. Ich wurde so von einem Blitzschlag in der gleichen Sekunde genutzt, aber du hast ihn geholt, wenn du einen Blitzschlag eingesetzt hast. Ja, das war extra. So, Lootballon. Das wusstest du auch, oder? Klar, wusste ich. Der Konterdrohne ist natürlich ein bisschen enttäuschend. So, den nehmen wir. Nein, Stopp, Schluss. Ja, geil. Stopp, Schluss. Auf einmal hört der Gegner so auf, dich zu schießen. Also mit dem Tempest bin ich wirklich ein absolutes Monster. Okay, Leute, ich würde sagen, das passt eigentlich so. Das Video hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe irgendwie noch eine Zweierquote draus gemacht. Das ist echt crazy, wie du das gemacht hast. Lass ein Like da. Das hat echt Bock gemacht. Abonniert Gaps. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.